Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Toy Fighters Beta. Ich glaub die Texturen sind noch nicht richtig drin geladen oder sie sind nicht ganz im Spiel drin. Das Spiel hier ist noch in der Beta. Ach komm, die Texturen, die kommen jetzt langsam. Jetzt kommt langsam alles rein, okay. Ich mach mal hier Musik aus. So. Und das da unten ist, glaub ich, mein Toy Fighter, der irgendwie im Boden feststeckt. Also, das Spiel wurde mir im Stream vorgeschlagen. Es hat mich 50 Robux gekostet, Zugriff auf diese Beta zu bekommen. Da ist jetzt mal wieder mein Toy. Jetzt steht es auch endlich auf dem Boden. Und es scheint wirklich ein Toy Fighter zu sein. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel schon geladen ist, aber hier stehen so Kisten. Und ich glaub, ich klicke die an und dann geht mein Toy dorthin und schlägt sie zu Brei. Na los, mach sie fertig. Ja, Mann. Hu, 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 hu. Zerstöre sie. Okay, es ist also das Pets-Simulator-Prinzip, dass man halt Pets hat. In dem Fall Toys, beziehungsweise Toy Fighters, auch mit Animationen, dass sie kämpfen. Die dann halt auch Sachen kaputt machen. Verstehe. Und ich sammle direkt Gems und keine Coins. Es gibt Sound-Effekte und alles. Das ist doch erstmal schön. Das ist mein schönes Spiel. Ich geh mal auf Toys. So, und da seh ich hier mein Starter-Toy. Das ist die Plant. Level 1. Hat ein cooles Schwert. Kann ich den drehen? Ja, ich kann den drehen. Oh mein Gott, ich kann den drehen. Das ist ein schönes Menü. Das gefällt mir. Under Crip Oil. Crip Best gibt es. Man kann man Swords auswählen. Ich hab hier das Level 1 Sword. 113 Schaden macht das, denke ich. Weiß ich nicht. Dip bedeutet wahrscheinlich rausgehen. Under Crip Fighter Loadout. Und hier kann ich sein Loadout anpassen. Verstehe. Das bedeutet, man hat nicht nur Pets, sondern man kann seine Pets auch noch ausrüsten. Man kann fusen und sie auch löschen. Ich sollte mein Pad vielleicht nicht, oder mein Toy vielleicht nicht deleten. Ey, weiter angreifen. Wenn ich nur eins habe. So, too poor. Too poor. Okay, die kann ich mir nicht leisten. Wie viel kostet mich das Spaß? 54 Gems nur. Okay, dann werde ich darauf sparen, bis ich mir hier was leisten kann. Da kann ich dann... Ey, was sind das denn für Toys, die ich mir holen kann? Das sieht interessant aus. Das sieht wirklich interessant aus. Wenn ich auf Tester drücke, steht da Tester-Panel. Okay, Bugs habe ich bisher noch keine gefunden. Nur so offensichtliche Sachen, die bisher noch nicht fertig sind, die würde ich nicht als Bug darstellen. Wie zum Beispiel halt, dass die Sachen lange brauchen zum Reinladen. Dann muss er halt sein... Den Ladescreen muss man in Roblox leider immer am Ende richtig feintunen. Weil Ladescreens in Roblox sind schwierig. Entweder du machst einen Pauschalen-Lades-Screen über eine bestimmte Zeit. Oder du wartest wirklich, bis alle Sachen reingeladen sind. Und dafür musst du erstmal wissen, was alles reinladen muss. Ne, das ist anstrengend. Man kann so pauschal eine Sammlung erstellen. Das habe ich ja hier für das YouTuber-Ding gemacht. Da habe ich eine pauschale Sammlung erstellt. Der Ladescreen wartet erstmal drei Sekunden. Und guckt dann, weil nach drei Sekunden sind dann eigentlich alle YouTuber in der Wartestange, um geladen zu werden. Und dann wartet er, bis alles, was aktuell geladen wird, fertig geladen ist. Und das sind dann in der Regel alle YouTube-Skins. So. Ich habe schon 40 Gems. Wir legen dann noch ein paar Gem-Piles. Die haben aber alle keine Textur. Vielleicht sollen die aber auch so aussehen in der ersten Region. Weil hier geht es wahrscheinlich dann weiter in die nächste Region für 30.737 Gems. Okay, das ist ein ziemlich komischer Preis. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Spiel so arbeitet, dass es ein automatisches Balancing-System hat. Das heißt, dass die Preise für alles einfach auf Mathematik basieren. Und dann können solche Preise auch zustande kommen. Das ist eine große Truhe, die ich abbauen kann. Mir gefällt es übrigens nicht, dass die Dinger einfach straight-up weißes Neon werden, wenn man über sie rüberhabert. Das könnte man anders lösen. Aber das Spiel ist ja, wie gesagt, noch in der Beta. Und das ist kein Bug, sondern einfach nur eine Feature-Request. Und das Haus kann ich gar nicht reingehen. Nein. Aber ich habe 54 Gems. Ich sammle noch ein paar weitere Gems ein. Und dann öffne ich mein erstes Ei. Da steht Can Afford. Und ich werde es immer afforden. Ich werde es sowas von afforden. Und BAM! Ich habe Pikachu! Das Gelb gefällt mir nicht. Das Gelb sieht richtig ekelhaft aus. Okay, ich gehe auf Toys. Und equipe jetzt mein Pikachu. Equip. Und es hat kein Sword. Kann ich das Loadout von dir anpassen? Ja, das hat schon mein anderes Ding. Okay. Na gut, Leute. Dann geht mal auf. Weiter kämpfen. Also brauche ich auch Swords. Und woher bekomme ich weitere Swords? Hier. Für 81 Gems kann ich mir hier dann ein weiteres Sword holen. Verstanden. Dann speichere ich mal auf die 81 Gems. Schaue mich hier weiter um. In der Umgebung. Das sind schöne Häuser hier in der Umgebung. Aber man kann mit denen noch nichts machen. Es wäre schön, wenn man in die Häuser reingehen könnte. Oder was wäre. Vielleicht kommt das aber noch. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Vision hinter dem Spiel nicht. Ich weiß halt nur, dass mir ein Zuschauer in den Chat geschrieben hat. Spiel mal Tollfighters Beta. Und jetzt mache ich das. Und Leute. Wie findet ihr das Spiel bisher? Schreibt mir mal in die Kommentare. Ob ihr euch vorstellen könnt, das Spiel hier mal zu spielen. Wenn es dann fertig ist. Pack meine Pads mal da ran. Meine Toys. Kommt. Geht da ran. Dann sammle ich hier noch die Gems ein. Oh Gott. Ich habe ja richtig gute Coins bekommen. Nice. Dann hole ich mir direkt ein neues Schwert. Bapp. Und. Oh. Ich habe eine Pieke bekommen. Das ist glaube ich das Schlechtste, was ich kriegen kann. Aber ich gebe es dir. Lowlord. Oh ja. Die ist wirklich schlecht. Die ist ja wirklich schlecht. Aber besser als nichts. Sie ist besser als nichts. Ja. So. Was mich stört ist, dass wenn man in sein Toys Menü geht. Dass die Toys danach währenddessen nicht weiter kämpfen. Und dann wieder neben dir chillen. Ich gehe aber davon aus, dass das bereits schon bekannt ist. Weil das ist ja jetzt nichts, was man suchen müsste. Deswegen werde ich das mal nicht reporten. Und dann gucken wir noch, ob es hier irgendwelche Secrets gibt. Wenn ich am Rand der Map hochkletter. Lass mich hoch. Danke. Sehr gut. Dann hier hoch. Hier hoch. Hopp. Und. Ey. Nein. Hier ist eine unsichtbare Wand. Warum bauen sie eine unsichtbare Wand hin? Ich kann mit der Kamera nicht weiter raus. Ich kann nicht gucken, was hinter der Map ist. So traurig, Leute. Ah. Der Baum, er schwebt nicht gut. Also gut. Dann gehe ich mal wieder zu dem Silo da hinten. An dem meine Pads gerade abbauen. Da werden ja jetzt einige Gems sein. Ich habe 39 Gems. Und da hinten eins, 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 eins. Okay. So viele kommen da gar nicht raus. Machen wir mal. Okay. 57. Ich dachte, da kommen jetzt wieder so 14er Gems raus. Aber vielleicht erst, wenn das Ding abgebaut ist. Und bis das abgebaut ist, dauert es wohl noch ein bisschen. Weil. Ah. Ihr seht. Das dauert. Ja gut. Ich packe meine Pads mal in die Kiste. Vielleicht geht die schneller. Gucke ich. Gucke ich gleich mal. Ich sammle hier nochmal ein, was drunter liegt. Und hier dauert es genauso lange. Na gut. Dann müssen meine Pads wohl einfachere Sachen abbauen. Wie diese Kiste dort. Aber selbst die Kiste da. Na gut. Ich sollte vielleicht auch nicht die schwersten Sachen auf einmal abbauen. Ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht. Komm. Geht an das Pile da. Genau. Das ist wenigstens etwas, was ich auch abbauen kann. Okay. Und wenn es dann komplett abgebaut ist. Da kommen jetzt die ganze Zeit so einer Gems raus. Und wenn man es komplett abbaut, dann kommen zweier raus. Yeah. Verstanden. Okay. Deswegen es lohnt sich Sachen fertig abzubauen. You can't afford the leaf egg. Ja. Ich will aber das leaf egg vielleicht nicht afforden. Vielleicht will ich mir erst das krasse egg holen. Das krasse egg kostet mich nämlich 2000. Vergiss es. Vergiss es. Ich will es mir gar nicht holen. Yeah. Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall die kleinen Piles zuerst abzubauen. Dann machen wir das auch. Was ist, wenn ich hier auf die Welt drücke? Dann kann ich die Welt wechseln. Okay. Wenn ich auf den Stift drücke, kann ich hier sagen. Halt mein Name Tag. Will still show for other players. Okay. Halt mein Fighters Name Tag. Okay. Ja. Das gefällt mir auch nicht, dass ich meine Pets nicht heransetzen kann, wenn ich in so ein Menü bin. Halt other Name Tags und Halt other Fighter Name Tags. Verstanden. Dann kann ich hier Color einstellen. Ach, ich kann meine Lieblingsfarbe auswählen. Ja. Mein Name Tag ist natürlich gelb, weil ich bin Conny. Ja. Das ist nicht das richtige Gelb. Ja. Richtiges Gelb ist schwierig. Und ich kann Gradient auswählen. Dann machen wir das auch so. So. Und die Font kann ich auch noch auswählen. Oh. Und wenn man Roblox Premium hat, dann kann man sich mehr Fonts auswählen. Ich verstehe. Aber ich würde gerne einfach bei Gotham bleiben. Yeah. Okay. Cool. Es gibt ein Feature, dass man seine Name Tags customisen kann. Ich weiß nicht, ob man es wirklich braucht. Aber man hat es. Und besser haben als nicht haben. Hier auf meinem Backpack. Da ist gar nichts. Click and drag to move around things. Click normally. Okay. Ich habe hier aber nichts drin. Schade. Also es gibt scheinbar auch irgendwelche Items, die man equippen kann. Vielleicht gibt es die auch noch nicht. Vielleicht kommen die noch dazu. Ich finde es ja nett, dass der Safe hier noch offen gelassen wurde. Da braucht man ihn ja eigentlich gar nicht mehr abbauen. Aber krass, wie viele Gems da drin sind. Das ist eine Menge Geometrie, die da drin steckt. Ich hoffe, dass da nicht die Handy-Clients abstürzen, wenn die Models alle so viel Geometrie haben. Leute, ihr braucht die Tasche nicht hauen. Die Tasche ist offen. Ihr könnt die Gems einfach rausnehmen, Leute. Leute, einfach rausnehmen. Ach was? Ihr lernt das noch. Ihr lernt das noch. Ich bin zuversichtlich in euch. Ihr schafft es. Yeah. Gut. Komm, jetzt gehe ich aber noch ein paar... Obwohl, ich... Warte, lass sie noch. Das Ding abbauen. Und dann setze ich sie an den... Ne, an die Kiste da ran. Los, an die Kiste. Dort werden sie jetzt erstmal eine Weile beschäftigt sein. Und ich öffne dann einfach mal zwei Eier. Oder vielleicht sogar vier. Erstes Ei. Yeah. Noch ein Ei. Yeah. Oh, ich hatte hier ein 10% Ding. Nice. Noch ein Ei. Yeah. Und... Und noch einmal. Okay, das habe ich ja ziemlich oft bekommen. Wenn ich jetzt auf meine Toys gehe, dann habe ich ja das eine Toy hier dreimal. Kann ich das jetzt fusen? Okay, ich kann x-beliebig viele fusen. Ich verstehe. Wenn ich jetzt das zum Fusen wähle und hier die Dinger rein fuse, dann bekomme ich Flower Level 2. Und das hat jetzt 108 Schaden. Einfach so. Okay, dann sage ich Equip Best. Und der wird jetzt rasieren. Okay, geh ran da. Nee, warte. Wir hatten euch doch eben noch bei einem Set... Bei einer Kiste? Hat die Kiste abgebaut? Ach, keine Ahnung. Ihr macht das schon. Ihr macht das schon. Ich habe Vertrauen in euch, Leute. Ach, hier ist eine Crafting Station. Ich dachte, das wäre was zum Abbauen. Ich klicke mal auf Craft. Marmalite, Magnet oder Frost halt. Ah, und dann... Ah! Verstehe. Und wenn man was abbaut, dann können da auch theoretisch so andere Kristalle rauskommen. Und mit denen kann man sich dann Sachen craften. Ich lasse meine Pels mal das Ding da abbauen, weil ich vermute, dass man da vielleicht die Items zum Abbauen rausbekommt. Vielleicht. Hoffentlich. Zumindest kamen da jetzt noch keine Gems raus beim Abbauen. Vielleicht ist das was. Oh mein Gott, Leute. Ich reveale alle Secrets von dem Spiel. Ja, Mann! Ich habe jetzt einen. Ich habe jetzt einen. Und ich brauche davon einige. Okay, Leute. Wenn man in dem Spiel dann diese Kristalle hier abbaut, dann bekommt man auch Kristalle. Versteht leider nicht, wie die heißen. Ich habe einen roten Kristall. Und jetzt habe ich einen noch roteren Kristall. Okay. Dann werden wir das machen. Jetzt habe ich schon drei davon. Ja, Mann. Ja, Mann. Ah, nee. Von denen brauche ich einen neuen. Das ist gut, dass ich da schon drei habe. Ihr macht das, Leute. Ihr könnt das. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt mal an den da ran. Okay, das könnte ein bisschen dauern, den abzubauen. Na gut, dann gehen wir doch da ran. Was sind das ja eigentlich für Sachen? Was hat dieser Pilz für eine Textur? Ich muss sagen, diese Surface Appearance, dieser, sagen wir mal Glow, der da drauf ist, der gefällt mir nicht. Ohne den fände ich das Ding hier noch viel krasser. Aber so finde ich schon. What? Na gut, sammeln wir mal ein, was da so rauskam. Oh, ich habe fast genug für meinen ersten Marmorite. Wobei, ich glaube, das hier könnte ein Marmorite sein, oder? Ja, okay. Baut weiter ab. Ich mache meinen ersten Marmorite. Ich habe das Gefühl, das ist ein Marmorite. Okay, ich crafte mir welche davon. Döp. Döp. Okay, das ist tatsächlich ein bisschen anstrengend, so. Also das Crafting-System könnten die anders machen. Da muss ich jetzt alles rein, drag and drop, und das gefällt mir nicht. Aber ja, okay, das sind dann wirklich diese Steine. Verstehe. Und dann könnte ich irgendwann ein Magnet daraus machen, wenn ich davon mehr und dann von den Weißen... Ah, die Weißen kriege ich sowieso nie. Aber so kann man sich auf ein Magnet... Ne... 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 Aber so kann man sich auf ein Magnet hinarbeiten. Das ist schon mal etwas. Ich würde aber sagen, ich fahre mir jetzt weiter Coins, weil das Farben von diesen Edelsteinen, das dauert jetzt zu lange. You can afford the Leaf Egg. Yay. Das werde ich mir auch einmal holen, damit mein bestes Pad jetzt auch mal ein Schwert hat. Ey, weiter abbauen. Yeah, schon wieder so ein schlechtes Teil. Jetzt haben wir hier nochmal alles einsam. Wenn ich auf Equip Best gehe... Ah, dann sind auch automatisch die besten Schwerter equipped. Das macht es natürlich viel einfacher. Gut, baut mal die Kiste da ab. Warum steht da eine 1? Zords. Was ist mit dem Zord? Ich weiß es nicht, weil das neu ist, oder wie. Okay, ich habe es gesehen, Leute. Warte, Kiste weiter ab. Okay, Leute. Ich sehe aber schon die Probleme an dem Spiel. Erstens, das Farmen dauert sehr lange und man möchte ja nicht so lange farmen müssen in so einem Spiel. Und ich habe ja so gerne in den letzten Tagen immer Collect All Pads gespielt. Und bei Collect All Pads ist ein großer positiver Teil, dass die Pads alles automatisch machen. Und hier muss ich die wieder hinschicken. Und deswegen fühlt sich das für mich an wie ein Step backwards. Dass die Dinger nicht automatisch alles abbauen, was sie können. Aber wer weiß, was aus dem Spiel wird. Vielleicht wird das ja noch richtig zugeballert mit Features und gebalanced. Und wird dann richtig viel Spaß machen. Ich bin gespannt auf das Release von dem Spiel. Ich kann mir jetzt das Leaf Egg leisten. Das ist schon mal schön. Ich will jetzt aber die Küste abbauen. Das möchte ich die Küste abbauen. Bam! Oh, da kommt viel jetzt raus. Ich habe 100 Gems. Und jetzt habe ich 186 Gems. Okay. Jetzt baut mal hier das da ab. Viel Spaß. Und dann öffne ich noch ein paar Eier. Bum! Das ist gut. Oh! Was war das? Ah, okay. Das war der hier. Ich dachte, das wäre ein krasser. Und? Ah, den brauche ich jetzt nicht wirklich. Na gut. Ich gehe dann mal wieder auf Toys. Dann auf Equip Best. Und ich kann alle equippen. Deswegen lasse ich die jetzt auch alle equippt. Weil besser viele Pads als wenig gute. Und jetzt baut! Zerstört den Safe, meine Sklaven! Ah! Ja, es wird ewig dauern, bis sie den abgebaut haben. Zerstört die Kiste da hinten! Schon bei der Kiste wird es ewig dauern. Aber da geht es immer hin. Na gut, wir warten noch, bis die Kiste richtig abgebaut wurde. Na? Ja, bist du öfter hier? Guck mal, der wird von seinem Pet geschlagen. Nein, lass mich in Ruhe! Ich töte dich! Okay, jetzt nicht mehr. Nein, ich stecke einen Baum fest. Das ist der Grund, warum sie die Collisions bei den Bäumen immer ausmachen. Weil irgendwann steckt man fest, ich komme hier nicht mehr raus. Nein, ich fühle mich gerade wie so ein Fisch in so einer Fischfalle. Ah! Ah, ja, Gott sei Dank. Das ist der Grund. Oh, ihr seid fertig. Perfekt! Drrrt! So, jetzt baut man wieder das Ding da ab. Und ich öffne nochmal ein paar Eier. Oder Schwerter? Ne, ich öffne erstmal die Eier hier. Bam! Bam! Und noch ein. Und noch ein. So, jetzt sollte es aber langsam reichen, oder? Ne, ich kann auch ein bisschen öffnen. Oh mein Gott! Der war gut, oder? Der muss gut gewesen sein. Der Skin war gar nicht geladen. Aber der sieht weder aus wie die hier. Keine Ahnung, das müssen wir uns gleich mal angucken. Und bam! Okay. Okay, wir gucken jetzt einmal nach, was ich da für ein Toy habe. Equip best. Und ich habe jetzt den hier. Alles klar. 135 Stärke. Ich bin absolut dabei. So, ich sammle mir das Ding auf. Und wie stark kann ich jetzt das abbauen? Das wird wahrscheinlich immer noch eine Weile dauern. Ja. Dann baut er erstmal die Kiste hier ab. Ich gehe einmal kurz in meine Toys rein. Und ich würde sagen, ich balle alles auf den. Ich gehe jetzt hier, dann auf Fuse. Und dann fuse ich da die alle hier rein. So. Sechs Pets. Eight Items deleted. So. Ja, ich möchte acht Sachen in den rein fusen. Und er wird Level... Zwei. Na gut, gerade mal Level zwei. Scooben. Ich nenne dich... Ich nenne dich nicht Scooben. Das ist ein komischer Name. Ich nenne dich einfach Thorsten. Viel besser. Und er hat jetzt 219 Schaden. Stabil. Dann weiter abbauen, Leute. So, nachdem das Ding abgebaut ist, werde ich nochmal Schwerter öffnen. Und wenn ich dann die Schwerter alle equipped habe, dann würde ich sagen, reicht das auch. Dann können wir ja mal gucken, wie stark ich geworden bin, nach so ein paar Minuten spielen. Aber ich muss auch sagen, so schön es auch ist, wie viel Liebe die hier in Details und so stecken, mir gefällt das Design der Toys nicht. Ich meine, was ist das? Was ist das? Thorsten ist einfach straight aus einem Horrorfilm und ich hatte Caps Lock aktiviert. Jetzt heißt das... Thorsten! Gefällt mir. Er bleibt Thorsten! Aber ihr könnt ja dazu mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Findet ihr das Design der Toys auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig? Oder ist das für euch vollkommen in Ordnung? Oder findet ihr die sogar cool? Ich schweiß ja nicht. Also ich finde die nicht so cool. Ich mag die kleinen Dinge. Also wenn das ja ein anständiges Gelb ohne diese Surface Appearance wäre, würde ich die schon eher mögen. Aber die sehen ja eher schon alle aus wie irgendwelche Dinger aus Horrorfilmen. So, sammeln wir alles ein. Ich habe 404 Dinger. Dann setze ich meine Pads einmal da ran und hole mir jetzt noch ein paar Schwerter für 81. Ui! War das gut? Das war gut, das war 12,9%. Yeah! Es wäre nice, wenn da ein Name beistehen würde. Aber hier steht ja auch kein Name. Also was bringt es mir? Man muss halt straight nach dem Aussehen gehen. Als ob mir noch ein Gem fehlt. Warte, den einen Gem hole ich mir jetzt noch für das eine letzte Schwert. So. You can afford the Leaf Egg. Ich weiß. Und das hole ich mir jetzt auch. Und kriegt noch so eine Pike. Alles klar. Dann gehe ich wieder auf Toys. Dann wieder auf Equip Best. Und dann gehe ich einfach mal auf Swords. Und dann nehme ich dieses Sword hier. Und sage dann wieder Fuse. Und dann fuse ich da die zwei Piken rein. Und ich hoffe, dass das einfach Level 2 wird. Steht da gar nicht. Okay. Das ist auch blöd, dass man da dann kein Screen für hat für die Schwerter. Aber was soll man machen, ne? Ja, jetzt geht das richtig schnell. Guckt euch an, wie schnell ich jetzt abbaue. Jetzt könnte man sogar legit sagen, es ist möglich, den Save abzubauen. Aber wenn ihr sehen wollt, wie ich das Spiel hier weiterspiele, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war es jetzt mal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und... Ciao! 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 Ciao!